Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen am Tele-Stammtisch zur Besprechung von die Dschungelhelden auf Weltreise. Also ich binst du, die weiteste Entfernung, ich war mal in England, das kann ich sagen, ich war mal in England, das war die weiteste Reise, ansonsten bin ich nicht weit umgekommen. Schlogger, wie sieht es bei dir aus? Wo ich am weitesten war, hallo, ich bin übrigens auch dabei, ich war noch nie im Dschungel, doch vielleicht war ich in Thailand schon im Dschungel, das heißt ich bin schon mal Punkt 1, ein Dschungelheld, check. Und ich war, das weiteste ist Neuseeland, da fliegt man tatsächlich 30 Stunden hin. Okay, dann hast du wesentlich mehr von der Welt gesehen als ich, dann bist du jetzt meine ganz persönliche Dschungelhelde. Herzlichen Glückwunsch. Wir besprechen heute einen Animationsfilm, Dschungelhelden auf Weltreise, der tatsächlich auf einer TV-Serie basiert und der tatsächlich auch eine Fortsetzung ist von einem Film, nämlich die Dschungelhelden von 2017. Liebe Schlogger, hast du die Vorlage oder kennst du die TV-Serie oder hast du den Vorgängerfilm gesehen? Leider nein, ich wusste bis zur Sichtung nicht mal, dass es Teil 2 ist, denn er heißt ja auf Deutsch eben die Dschungelhelden auf Weltreise und von daher habe ich von der Vorlage weder Serie noch Vorfilm hatte ich jemals etwas davon gehört. Du denn? Nein, komplett blind reingegangen und war auch tatsächlich ein bisschen irritiert, dazu kommen wir dann später und diese später kommt, sobald du uns kurz erklärt hast, worum geht es eigentlich in dem Film? Also wie gesagt, das ist Teil 2, das heißt wir werden direkt reingeworfen, wir kennen die Gruppe schon. Die Gruppe ist eine wild zusammengewürfelte Gruppe an Tieren, wir haben hier sowas wie Maurice, das ist ein Pinguin, der mit Tigerstreifen angemalt ist, weil er ein großer Tigerkrieger ist. Es gibt auch einen Goldfisch, der auch Tigerstreifen hat, der heißt Junior, das ist der Adoptivsohn von Maurice, dann eine Fledermaus, es gibt einen Koboldmarki, das ist der Professor der Reihe, dann gibt es einen Berggorilla, das ist quasi der Massel und dann gibt es noch zwei Frösche, die im Team dabei sind. Also es ist eine sehr kreativ zusammengewürfelte Gruppe an Tieren, wie gesagt und die leben im Dschungel, wer hätte es gedacht und in diesem Dschungel wird sich herausstellen, dass eine Bedrohung lauert und zwar ist das so eine Art Pulver, das sich auf den Pflanzen befindet und wenn dieses Pulver mit Flüssigkeit in Berührung kommt, dann explodiert es. Und sie müssen es also schaffen, bevor die Regenzeit startet, ein Gegenmittel gegen dieses Pulver zu finden. Das ist so im Groben der Umriss und es heißt Weltreise, weil sie dafür eben große Teile der Welt bereisen müssen, um das herauszufinden. Vielen Dank. Ja, du hast es schon gesagt, man wird so reingeschmissen und wir haben es schon gesagt, wir beide kennen weder den Vorgänger vom Film, noch haben wir irgendwie Kontakt mit dieser Serie, die da wohl als Grundlage diente. Das heißt, ich hatte wirklich zu Beginn extremste Probleme, in diesem Film zurechtgekommen, weil dieses reingeworfen werden, passt als Beschreibung wunderbar. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich stehe da gemütlich zu Beginn so am Beckenrand und noch bevor ich mich fragen kann, ach was bist du denn für ein Kerlchen, zack reingeschmissen und es hat echt lange gedauert. Und selbst nach Ende des Films hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass ich wirklich verstanden habe, was sind das eigentlich für vier Figuren, wie war es bei dir? Für mich ging es tatsächlich, also ich wusste ja dann, dass es der zweite Teil ist und ich fand es ganz okay, weil die Gruppe ist eh so wild, dass ich das Gefühl hatte, okay, selbst wenn ich den ersten Teil gesehen hätte, ich weiß nicht, ob der erste Teil erklärt, wie die Gruppe zusammenkommt oder ob das einfach so eine Kinderserienreihe ist, wo diese Gruppe einfach schon für immer zusammen ist und deswegen habe ich das ja einfach hingenommen. Dadurch, dass ich aber auch Kinder habe, die auch noch relativ jung sind, bin ich vielleicht ein bisschen mehr in der Kinderreihen-Thematik drin als du und war dann da leichter drin. Wir haben auch am Anfang von diesem zweiten Teil haben wir so einen 2D-Stil, der so ein kleines bisschen die Figuren erklärt und der hat mich gleich total mitgenommen, weil ich diesen 2D-Stil total toll fand. Und ich würde mir wünschen, dass der ganze Film so wie der ist, weil das ist echt so ein, ich weiß nicht, ob ihr die Kinderbuchreihe Jim kennt, das ist so ein kleiner Schimpanse, ich glaube, das erste heißt Jim ist mies drauf und an den Stil hat es mich so ein kleines bisschen erinnert, ich weiß jetzt nicht, was das für Landsmänner sind, ich glaube, Amis würde ich denken, die heißen Max Lang ist der Illustrator und Susanne Lang ist der Autor, also wahrscheinlich ist es ein Paar, Geschwister, Ehepaar, keine Ahnung, und der Stil ist total cool, so ein bisschen krakelig, modern und so fand ich auch den 2D-Stil am Anfang, der uns so ein bisschen in die Figuren reinholt. Für mich also die kurze Antwort, ich kam da eigentlich gut rein und habe das einfach angenommen, dass da alles ein bisschen wild ist. Ja, wild passt wirklich, es war mir persönlich als 40-jähriger Mann, der keine Kinder hat, einfach alles zu wild, es war mir zu bunt, es war mir zu durcheinander, aber es gab dann auch noch so Aspekte, die mir wirklich zugesagt haben und einer dieser Aspekte ist die Vielseitigkeit der Figuren. Das meine ich jetzt nicht nur, weil der Pinguin irgendwie Tigerstreifen hat und Kung-Fu kann und dazu noch Maurice heißt, ich meine, sag mal ehrlich, wenn jemand Maurice heißt, heißt das normalerweise nichts Gutes, nachher ist man irgendwie ein Rennigel oder so, Gott, also da hat der Pinguin noch ein Lück gehabt, aber es gibt zum Beispiel, du hast es schon gesagt, dass der auch so einen Adoptiv, was ist, Sohn, Bruder hat, dieser Goldfisch, Sohn, Adoptiv Sohn, Adoptiv Sohn, also das ist so, also es geht so spezifisch übergreifend, das hat mir ganz gut gefallen oder dass es auch so eine Figur gibt, wie dieses Gürteltier Kamelia, glaube ich, hieß sie oder Kamel, das Gürteltier Kamel, das klingt jetzt auch, nee, Kamelia hieß sie, glaube ich, die ja zum Beispiel auch eine Handprothese hatte und das jetzt aber nicht so thematisiert wurde, dass so das arme Gürteltier hat eine Handprothese, nee, es war halt einfach so, das hat mich zum Beispiel auch erinnert daran, wie bei Drachenzähmleich gemacht die Beinprothese des Hauptcharakters in den Fortsetzungen halt thematisiert worden ist. Das fand ich an und für sich echt ganz süß, das fand ich ganz, ganz schnuckelig, ganz, ganz nett, für mich das Problem ist aber halt einfach, ansonsten war der Film für mich so ein, einfach nur ein Overkill, das war einfach nichts für mich und dadurch, dass ich auch die Vorgänger nicht kannte, ich habe auch irgendwann aufgegeben, so nach dreiviertel Stunde saß ich hier und dachte mir, jo, ich gucke mir das doch bis zum Ende an, aber eigentlich habe ich mental schon ausgeschaltet. Mental schon ausgeschaltet, weil die mental so fordernd ist. Also erstmal kurz die Anekdote, für die, die es nicht wissen, ja, Sonic heißt tatsächlich Maurice mit Vornamen. Das weiß nur wirklich jeder, also bitte, wer das nicht weiß. Grüße gehen raus. Und das andere ist, wie, du bist nicht begeistert, wenn in einer Geschichte ein Nacktmull auftaucht, der von Atompipi redet, das ist doch großartig und leicht. Es gab gute Einzelmomente, das muss ich dir belassen. Und jetzt kommt eine große Kritik von mir, für die per se der Film nichts kann, aber vielleicht der Verleih, weil... Oh, ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt. Und zwar, ich hatte mich speziell für den Film gemeldet, dass ich den gerne gucken wollte, weil ich dachte, das ist doch schön, den gucke ich mit meinen Kindern an. Und dann kam, haben wir eine Version bekommen auf, der Film ist original französisch, auf französisch mit deutschen Untertiteln. Und so gut können meine Kinder dann leider noch nicht französisch, chinesisch ja fließend, aber französisch noch nicht. Und das finde ich ein bisschen unglücklich, weil gerade Kinderfilme, da ist doch die Synchro total wichtig, die Wortspiele sind wichtig. Und wie toll wäre es für den Verleih gewesen, wenn wir noch gleich die Reaktion von, oder ich noch von meinen Kindern hätte mit in die Kritik reinfließen lassen können, was ich so aber überhaupt nicht kann. Und das ist das, was du meintest, du hast mental abgeschaltet und es war ein bisschen wild. Und französisch ist halt eine sehr fließende Sprache, sagen wir es mal so. Und da könnten wir also gar nichts über die Synchro sagen. Und das ist natürlich schöner, wenn man einen Film dann in der Sprache sieht, in der er dann auch gesehen werden soll. Und das ist bei Kinderfilmen eben gerade deutsch. Und das finde ich, da kann ich dann ganz viel eben nicht einschätzen, wie das dann im Original, äh in der Synchro, die dann für die Kinder eben sein soll, sein soll. Ja, also die Sprache war für mich teilweise auch ein Problem, weil ich finde halt, französisch ist mit die schönste Sprache, die es gibt. Wenn ich einen Franzose als dreckiges Arsch auch bezeichne, klingt das trotzdem wunderschön. Trottekü. Dankeschön, du auch. Ähm, aber weil hier, weil es auch so viele Figuren sind, die sehr viel, sehr schnell sprechen, ähm, hat es mich dann ein bisschen erinnert an, äh, und da möchte ich gerne auf unsere Besprechung von Ola La verweisen, den ich auch im französischen Original gesehen habe. Genau. Ähm, oder wie ich den Film auch gerne nenne, oh nein, nein. Ähm, aber hört euch das einfach selbst an. Es ist halt einfach sehr viel und diese französische Sprache, du hast schon gesagt, sie fließt und es ist halt wirklich ein Sturzmach. Ah, du hast, bei Ola La hast du Geschnatter gesagt. Es ist ein durchgängiges Geschnatter. Geschnatter, ja. Ja, ich meine, bei Ola La, das Gute ist bei dem, äh, hier dem Weltreisefilm, die Figuren sind halt ganz putzig, bei Ola La sind die einfach nur Nervtöten, aber wir müssen hier nicht über Ola La reden, der Film ist furchtbar, guckt euch nicht an. Ähm, ich, ich weiß schon, also ich verstehe deinen Kritikpunkt, ähm, ich glaube auch, dass der für mich einfacher gewesen wäre, wenn der auf Deutsch wäre, ähm, vor allem, weil bei Animationsfilmen, ich, ist es, ich weiß nicht, ich finde, Animationsfilme sind ganz gut geeignet, um sie zu synchronisieren. Also bei manchen Originen, also bei Live-Action-Spielfilmen gibt es so ein paar, wo ich denke, die Synchro macht's kaputt, aber mir fällt jetzt spontan wenige gut gemachte Synchronisation ein bei Animationsfilmen, die den Film irgendwie verhunzen. Ich meine, gut, es gibt B-Negativ-Beispiele, es gab mal einen Disney-Film, da hat Boris Becker irgendwie gesprochen, da fragt man sich auch, was es da steht gelaufen, aber alles in allem, ne, und ja, ich glaube tatsächlich auch, dass dem Film es jetzt hier wertungstechnisch gut getan hätte, wenn wir über die deutsche Fassung geredet hätten, wenn wir auch, weil wir dann vermutlich auch ein paar mehr Sachen verstanden hätten. Ja, und wegen Synchro, klar, bei Animationsfilmen, natürlich versuchen die auch die Lippen synchron zu machen, aber es fällt eben nicht so krass auf, wie wenn es jetzt ein Realfilm ist. Und die versuchen immer auch, meistens so kenne ich das, deutsche Synchro versucht ja auch schöne Wortspiele reinzubringen und es irgendwie so gut zu ersetzen, wie es geht. Und dadurch, dass wir ihn auf Französisch gehört haben, allein die Namen sind ja alle anders. Ich glaube, das sollen alles Alliterationen sein, also dieser Kobold Marquis, der heißt ja auf Deutsch irgendwie Grummel und im Original heißt er Jules Baird oder so. Also es ist ein ganz anderer Name und das war bei allen Tieren so und das hat bestimmt, wäre schöner gewesen, hätte mehr Sinn ergeben auf Deutsch dann. Ich meine, wir können die Geschichte ja trotzdem einschätzen, bevor ich kurz in die Geschichte einspringe, die Animation fand ich auch solide. Also ich finde, es ist natürlich kein Pixar, aber ich fand trotzdem, ich fand das alles, ich fand das okay. Also ich meine, du bist halt einfach die Illustratorin hier von uns, das heißt, du hast davon mehr Ahnung als ich und ich muss auch sagen, ich habe schon weitaus hässlichere Animationsfilme gesehen, wie zum Beispiel diesen Butterfly Tale und ja, das ist nicht Pixar und das ist auch kein Sony und das ist kein Remarks, aber ich muss sagen, Es ist, also wenn Pixar Dreamworks halt erstklassig ist, dann ist das schon unterste zweite Klasse. Hm, okay. Also ich fand's, ich fand's, also ein guter Animationsfilm, entweder haut er dich dadurch durch die Animationskreativität weg und das ist so, diese Animation ist so mit ein Teil der Geschichte, nenne ich es mal, wie bei jetzt Spider-Man oder dem Puzzle in Boots 2 oder es ist so smooth, dass es dir gar nicht auffällt, dass es animiert ist und du kannst in diese Welt halt abtauchen. Wie bei Kung Fu Panda 4 dann wahrscheinlich. Äh, ich wollte jetzt andere Beispiele nehmen, wie zum Beispiel Alte steht Kopf, aber nehm von mir was auch. Achso, ich wollte was Aktuelles einfach nehmen, klar, wenn du die großen Beispiele nimmst, ist das natürlich sehr schwer da dann ranzukommen, oder? Ja, aber ich hatte halt immer das, also beim guten Animationsfilm vergesse ich irgendwann, dass es ein Animationsfilm ist, würde ich damit sagen und bei dem Film hatte ich das nie, das war für mich immer klar, ich gucke gerade einen Trickfilm an einen Animationsfilm. Achso, ne, ich vergesse nicht gerne, das ist ein Animationsfilm, ich will ja schon wertschätzen, was ich da sehe und klar, bei einem 2D-Film denkt man auch öfter, okay, das hat jemand von Hand gezeichnet, das fühlt sich mehr wie, ähm, wie heißt es, wenn man, wenn Tricks von Hand gemacht sind, von echt? Äh, 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 haptisch? Nein, ähm. Also wenn, äh, geil. Finde ich eh immer, dass man ein ganz, für mich zumindest, weil ich halt so aus der 2D-Welt komme, ich hab ja noch von Hand animiert, auch bei, bei, bei die, bei die Delic, bei, die Ponia, bei der Spielreihe haben wir ja von Hand noch alles animiert da, zwar am Computer, digital, aber eben von Hand alles animiert, wie oft will ich jetzt noch von Hand animiert sagen? 3D ist auch von Hand animiert. Okay, aber ich fühl immer so ein kleines bisschen Entfremdung bei 3D, das geht gut mit so Effekten wie bei hier die bösen Jungs oder eben Puss in Boots oder eben auch Spider-Man, wo du auch so gepaintete Sachen reinbringst oder Teenage Mutant hintergeschüttelt hat, das ist ja auch letztes Jahr, wo du eben so 2D mit den Meppen so reinbringst, das finde ich dann immer ein bisschen geil und das hast du hier natürlich nicht. Hier ist es einfach 3D und es war für mich dann, äh, hab ich angenommen und okay, obwohl ich ja wie gesagt diese kleinen 2D-Sequenzen total schön fand, die haben mir dann total gut gefallen und die waren auch richtig lang, fand ich. Man hat sie am Anfang, in der Mitte ist so eine Karte und am Ende nochmal und, äh, die waren ja beide jedes Mal so 2 Minuten lang, was ich schon relativ lang für einen 3D-Film finde, hätten sie ja nicht machen müssen. Und 2D ist halt einfach aufwendiger als 3D, deswegen weiß ich nicht, was ich zu schätzen. Ich lasse dir das, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich das gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass da 2D-Sequenzen dran sind. Ja, deswegen, dafür bin ich ja. Und von wegen, ähm, was du angebracht hast bei jetzt zum Beispiel Spider-Verse, das ist ja auch viel Inszenierung und die Inszenierung hier, ganz klar, die macht keine großen Schritte, das ist alles, was man erwartet, also, aber auch keine große Grütze, also ich fand's einfach okay, ich hab's angenommen. Ich find's halt wirklich schade, dass das dein Nachwuchs, den ich gesehen hat und nicht sehen konnte, wegen der Sprachbarriere, weil, weil, das ist halt so ein Film, ey, ganz ehrlich, meine Meinung und auch deine Meinung, obwohl du natürlich schon vom Fach bist, ist total irrelevant, weil wir nicht das Zielpublikum sind. Das ist so wirklich ein ganz klarer Zielpublikumsfilm und wenn jetzt hier der alte Sack, der ich dann bin und die alte Säcken, die du dann bist, halt sagen, der ist okay oder der ist nicht okay, vollkommen egal, wenn die Kitties ihren Spaß damit haben, ähm, dann ist es probiert und deswegen ist es schon schade. Aber eine Frage, du bist als verantwortungsvolle Mutter, hast du denn in dem Film irgendwas gesehen, wo du sagst, so, das ist nicht gut für Kinder geeignet oder ist das auch alles im grünen Bereich? Ich denke, das ist eine sehr gute Frage, da denke ich grad drüber nach. Also, weil ich sagte ja zum Beispiel schon, dass es mir jetzt gefallen hat, dass der Film eine gewisse Diversität propagiert. Ja. Jetzt nicht auf einem didaktischen Level, aber schon, dass er ganz klar sagt, du kannst auch als Pinguin einen Goldfisch als Bruder haben oder so? Als Sohn, ja, als Adoptivsohn. Oder als Sohn, ja. Ja, oder dass du als Goldfisch auch dich als Tiger anmalen kannst, das fand ich auch eine nette Idee. Äh, klar, du hast ja dann wieder so eine kleine Love-Interest-Sache, die ist wieder ganz normal cis-hetero, was auch ich. Aber man muss ja nicht überall, das finde ich ja auch wieder doof, wenn überall irgendwas reingequetscht wird, nur weil man es eben machen muss, um sich irgendjemandem anzubiedern. Ähm, da fällt mir, glaube ich, nichts ein. Von daher fände ich das okay. Also, meine sind ja noch relativ klein, die sind bald unter sechs. Und was, wenn, die brauchen, damit ich einen Film mit ihnen gucke, entweder es ist eine coole Story, wo ich irgendeinen pädagogischen Ansatz rausziehen kann, wie meinetwegen, ich habe jetzt Winnet Nemo mit ihnen gesehen. Oder generell die Pixar-Filme, da ist ja irgendwie eine schöne Message, die du dann nutzen kannst als Aufhänger. Oder meinetwegen auch Bambi, wo du dann über Vergänglichkeit oder auch Verliebtheit und Pubertät sprechen kannst, wenn du das schon möchtest. Über Verliebtheit bei meinen Kleinen eher. Oder, jetzt kommt das andere, du brauchst so einen Film wie Die Minions, wenn der nicht so hektisch ist. Weil so Kinder, die lieben einfach Pupswitze und Slapstick. Und hier bei Die Weltreisen, den würde ich eher in die zweite Kategorie stecken. Also, da habe ich keine großen Ansprüche, storytechnisch. Der muss einfach nur, bitte nicht sagen, dass man Leute umbringen soll oder irgendwelche ganz coolen. Weil ja klar, die coolen Sachen sind verboten. Ja, genau. Also, bitte keine Weltbilder oder keine Sachen erklären, die eigentlich scheiße sind. Und der soll einfach nur laufen. Und vielleicht haben wir noch, wenn es gut läuft, eben, wie gesagt, irgendwas Pädagogisches dabei. Keine Ahnung, Teamwork ist super, helft einander, seid nett zueinander, sprecht Sachen an, was weiß ich. Oder du hast hier eben Gags drin, die witzig sind. Und das hatte der hier teilweise. Also, es war für uns vielleicht manchmal völlig stupider Quatsch. Aber er hatte eben diese Slapstick oder bescheuerten Momente. Nicht so viele wie jetzt ein Minions-Film, was ja auch gut sein kann. Aber es war, ich glaube, meine Kinder hätten den bald vergessen. Aber für die Zeit hätten sie eine gute gehabt dabei. Ich hätte zu dem Film nichts mehr zu sagen und würde jetzt gerne zum Fazit übergehen. Außer du sagst, du hast noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, außer dein Fazit. Dann kannst du es jetzt gerne loswerden. Ich überlege, ob ich irgendwas über die Story loswerden möchte mit dieser Weltreise. Ich fand es irgendwie ganz süß, wie sie, die, sie reisen ja nicht wirklich durch die Welt. Also, sie reisen schon irgendwie durch die Welt. Aber sie gehen ja jetzt nicht nach Frankreich, sondern sie sind irgendwo, wo Ameisen dann aus Dung einen Eiffelturm nachbauen. Und diese Wahrzeichen fand ich irgendwie ganz süß. Das ist mir noch so, fand ich ganz nett. Das haben sie eine kreative Idee gehabt dabei. Und auch dieser Tunnel, wie sie durch die, wo ich vorhin hatte, dass ich 30 Stunden nach Neuseeland reisen musste, haben die halt einen Tunnel, der um den Erdkern rumgeht von einer Seite auf die andere, in der sie dann 10 Sekunden brauchen, um wieder auf der anderen Seite zu sein. Nein, okay, nehmen wir einfach an, wäre schön. Also, Logik hat der Film hier nicht, ist aber auch scheißegal. Und ich glaube, ich habe wirklich nichts Konstruktives sonst zu sagen zu dem Film. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit. Und ich bin ein Gentleman und als Gentleman weiß ich natürlich Ladies First. Aber weißt du was, drauf geschissen. Jetzt fange ich einfach mal an. Also, von diesen ganzen, ich habe in letzter Zeit, aber ich habe schon einige von so Animationsfilmen gesehen, wo man sich fragt, warum kommen die ins Kino? Die wirken halt wirklich mehr wie Saturn-Grabbeltisch für 2,99. Diese DVDs, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau. Und ich hatte ein bisschen die Annahme, dass hier Dschungelhelden auf Weltreise auch so ein Titel sind. Das ist er nicht. Der ist schon um einiges hochwertiger als zum Beispiel jetzt so, was war das im Frühjahr, Butterfly Tale. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich jetzt kein A-List-Animationsfilm. Muss er auch gar nicht sein. Er ist ganz klar meines Erachtens nach für Kinder konzipiert und hat auch ganz klares Zielpublikum. Ich als Erwachsenen habe da echt wenig für mich gefunden, was ich wirklich mitnehmen kann. Es gab ein paar Einzelmomente, ein paar nette Ideen. Ein Film, wo es so schon heißt, der hat das Herz am rechten Fleck. Nichtsdestotrotz werde ich mir diesen Film nie wieder ansehen und brauche ihn nicht. Aber es ist kein schlechter Film. Meine Meinung ist auch, wie gesagt, komplett irrelevant. Eigentlich wären der Nachwuchs von der Werten Schlogger eigentlich die Leute, die jetzt ein Fazit fällen müssten. Die konnten ihn leider nicht sehen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Schlogger sich in ihre Kinder hineinversetzen kann und jetzt genau sagt, ob das ein guter Film, ein schlechter Film oder vielleicht ein mittelmäßiger Film ist. Deswegen Schlogger, bitte. Also mir ist gerade noch eingefallen, wir haben den Film ja nicht im Kino gesehen. Das heißt, vielleicht mag der auf einer großen Leinwand nochmal anders wirken, als auf der kleinen Leinwand, auf der ich ihn gesehen habe, qualitativ zumindest. Aber inhaltlich würde ich dem zustimmen, was du gesagt hast. Ich glaube, meine Kinder hätten mit dem Film eine angenehme Zeit gehabt. Nichts, an das sie sich lange erinnert hätten. Aber es ist bestimmt ein Film, den man mit seinen Kindern sich einfach mal angucken kann. Ich weiß jetzt nicht, ab wie viele Jahren. Also meine sind drei und fast sechs. Mit dem fast sechsjährigen auf jeden Fall. Die dreieinhalbjährige würde ich, glaube ich, noch nicht mitnehmen. Aber da muss jeder sein Kind selbst einschätzen. Von daher keine Ausreißer nach oben, aber auch nicht nach unten. Film kann man machen, muss man aber nicht. Und ist auf jeden Fall, wie es du gesagt hast, hat sein Herz am rechten Fleck. Ja, das war das Fazit von mir. Gut, dann kann ich doch hinzufügen, ich habe ganz schnell nachgeguckt, in der FSK-Datenbank ist angegeben, ohne Altersbeschränkung. Das heißt, ab null freigegeben. Ja gut, mit einem Baby geht man aber generell nicht ins Kino. Doch, direkt vom Kreißsaal ins Kino. Und ich glaube, manche Kinos schreiben auch extra dazu, ab wie viele Jahren man dann tatsächlich rein darf. Also es ist, glaube ich, meistens erst ab drei, soweit ich das beim letzten Mal mitbekommen habe. Und ich glaube, ja, also ich glaube, wenn du nicht gerade, es gibt ja auch so komische Mutter-Kind-Kinos oder Baby-Kinos, gibt es ja auch so. Das ist ja auch gar ungeben mittlerweile. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit einem Einjährigen ins Kino geht. Und wenn doch, seid ihr dumm. Sorry, das ist jetzt da. Dann seid ihr dumm. Genau, also eigentlich FSK 0 heißt dann FSK mindestens 3 oder so. Aber ist ja eigentlich auch scheißegal. Ihr kennt eure Kinder am besten und passt gut auf sie auf. Genau, genau. Und wenn nicht, wenn ihr eure Kinder nicht gut kennt, dann seid ihr schlechte Eltern. Das ist hart, aber ist halt einfach so. Und wenn ihr gerne eure Kinder kennenlernen wollt, dann kann ich euch ein Buch empfehlen. Das heißt nämlich Kommunikation mit Kindern von einer super tollen Autorin. Und zwar mir, das Schlogger, Schloggershop oder Schlogger.de oder Social Media des Schlogger. Und falls ihr nicht nur eure Kinder nicht kennt, sondern auch Filme nicht kennt, geht auf tele-stammtisch.de und überall, wo es Likes gibt, da könnt ihr dem Tele-Stammtisch folgen. Und wir haben jetzt hier unseren pädagogischen Wert des Tages geliefert. Kinder kennenlernen und Filme kennenlernen. Was sagst du dazu, Stu? Erstens Chapeau. Das war ein guter Diebstahl meiner Abmoderation. Das war wirklich famos. Ganz, ganz toll gemacht. Das, ja, du hast von den Besten gelernt. Schweineüberleitung, habe ich gelernt. Schweineüberleitung, genau. Ich kann auch angeben, wenn ihr jetzt sagt, boah, der Film interessiert mich gar nicht, aber diese Schlogger und dieser Stu zusammen ist ja wie Nitroglyzerin, ja. Ist ja wie Pommes, Currywurst, Schranke, ja. Da kann ich euch sagen, hört euch Schocker mit Schlogger an. Das ist ein Nebenprojekt von uns, auch im Tele-Stammtisch. Einmal im Monat kommt eine neue Folge raus und Schlogger, die Überraschung, nicht so horroraffin ist, schaut sich dann immer einen Horrorfilm an. Und wir reden danach drüber. Zuletzt war es Sleepaway Camp und als nächstes wird es Hitcher, der Highwaykiller werden. Da kommt die neue Folge am 13. April raus. Da könntet ihr schon mal jetzt schon mal einen Kalender vormerken. Mach habe ich auch gemacht. Ich habe ja hier diesen schönen Fuck-Yeah-Kalender von Schlogger, den ihr auch in ihrem Schlogger-Shop bekommen könnt. Ansonsten möchte ich noch verweisen, am 29. März erscheint, passend zu den Ostertagen, würde ich sagen. Ein super Special, nämlich die neue Masterclass, da ist auch die Schlogger mit dabei. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das war ganz, ganz famos und ich verrate jetzt nicht, wie gut oder schlecht Schlogger abgestritten hat. Aber hört es euch an, es lohnt sich. Damit habe ich dieses Abwanderungsmal wieder viel zu lang gezogen. Ich muss auch nicht mehr auf Schlogger verweisen, weil die ihren Part schon erledigt hat. Clever, clever. Deswegen kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss, bis zur nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.